. So. Dankeschön, sehr freundlich, sehr Dank, sehr Dank. Dankeschön, sehr. So, herzlich willkommen bei Tifa de Chai. Dankeschön. Ja, der Polly. Dankeschön, herzlich willkommen. Na, und? Ich hab's mir direkt gekauft nach der Eröffnungsveranstaltung, bin ich direkt hin und hab mir direkt das Outfit besorgt. Und wo man hinkommt auf der Straße und so, Junge, die Olympischen Spieler haben längst angefangen. Ja, Wahnsinn. Und nur noch Wintersport im Fernsehen, oder? Ich komm gar nicht mehr dazu, Flappy Birds zu spielen. Flappy Bird kennen Sie, oder? Kennen Sie Flappy Bird? Äh, äh, äh. Ich hab's noch nie gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so klingen könnte. Ähm, ja, toll, oder? Das ist das Outfit der deutschen Olympiamannschaft. Ich glaub, schicker waren wir selten, das sind die Farben, äh, des Winters, 72, 73. Und es kommt unglaublich gut an. Nur die Engländer haben's wieder nicht kapiert, die machen sich lustig über uns Deutsche. Wir haben aber auch einen Fehler gemacht, wir hatten die falsche Fahne dabei. Ich zeig Ihnen mal, das wäre die richtige gewesen. Ja? Dann hätt ich, äh... Oder? So, aber toll sieht's aus. Schöne Klamotten, oder? So, und wir haben unser erstes Gold! Gestern, gestern schon, gestern schon, heute haben wir schon zweite Gold, äh, Maria Riesch. Äh, nein, das ist Felix Loch, der hat gestern Gold geholt. Felix Loch und, äh, hat die ganze Nacht gesoffen, wie ein Loch. Nein, ein Loch ist dafür da, um zu rodeln. Und Felix Loch ist jetzt Olympiasieger, ich glaube, zweifacher Olympiasieger mittlerweile schon. Und Felix Loch fährt bei mir bei der WOC-WM am, äh, 8. März, äh, im Vierer-WOC-Zufall. Nein, natürlich nicht. So, ich glaube, erst deine Teilnahmen bei der WOC-WM haben ihm den letzten Schliff gegeben. Und deswegen hat er wiederholt Olympia-Gold gewonnen.